Im Zentrum des narzisstischen Geschehens steht für den Narzissten häufig, das Opfer zu spielen. Dabei sind sie so geschickt und setzen das pathologische Lügen auf allen Ebenen ein, sodass niemand außer dem Opfer erkennt, wer das wirkliche Opfer ist. In diesem Video werde ich zwei Szenarien, in denen der Narzisst sich als Opfer präsentiert, zeichnen. Es sind aus meiner Sicht Klassiker, die sich täglich im narzisstischen Alltag abspielen. Ein Narzisst hält immer nach Menschen Ausschau, die Sympathie und Mitgefühl mit ihm haben. Sie versuchen zu täuschen. Sie übertreiben mit ihren Narrativen von Verlust oder Unterdrückung und Verfolgung. Und dann täuschen sie das gesamte Umfeld, sodass jeder weiß, was ihnen zugestoßen ist. Das kann über Social Media gehen oder Auge in Auge. Jeder Weg ist ihnen im Grunde recht. Narzissten, die sich so verhalten, nennt man normalerweise vulnerable Narzissten. Ein grandioser Narzisst ist typischerweise sozial dominant, selbstbewusst und Kritik gegenüber immun. Der vulnerable Narzisst hingegen empfindet viel Scham. Sie sind innerlich verärgert, unsicher und extremst empfindlich gegenüber Kritik. Wie mit allen anderen narzisstischen Verhaltensweisen findet diese Opferhaltung in einem breiten Spektrum statt. Manche spielen das Opfer nur leicht, aber es gibt auch Individuen, die völlig aus dem Ruder geraten, was das Spielen des Opfers betrifft. Damit beschäftigt sich das heutige Video. Mit der extremsten Form von Opferschauspiel, sozusagen. Sogar bis zu dem Punkt, wo das Verhalten kriminell werden kann. Sie präparieren eine Szene oder Situation so, als hätte eine Straftat gegen sie stattgefunden. Diese Störung ist verwandt mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das ist eine Störung, bei der eine betreuende Person Krankheitssymptome bei einem Kind provoziert, sodass wiederholt ein Arzt konsultiert werden muss, um Sympathien bei anderen Menschen für sie zu gewinnen. Also für sie selbst, nicht für das Kind. In diesem Fall ist die Situation etwas anders, weil der Narzisst nicht vorgibt, krank zu sein. Und er gibt auch nicht vor, dass jemand anders krank ist. Er verwickelt sich nur in eine Vielzahl dramatischer, scheinbar sinnloser Aktivitäten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Häufig sind solche Narzissten nicht erfolgreich. Sie können es gelegentlich sein, aber sie erreichen häufig nicht ganz das Ziel, das sie angestrebt haben. Der Narzisst, der solcherlei Szenarien vortäuscht, hat häufig im normalen gesellschaftlichen Konkurrenzkampf viele Kämpfe verloren. Wir sprechen von Beziehungen, Erfolg im Job, das Erreichen von Reichtum oder Macht. Also hat er erkannt, dass er nicht im konventionellen Sinn gewinnen kann. Nun schreibt er die Geschichte neu. Er will der Gewinner beim Spiel des Opfers sein. Er beginnt jetzt, Geschichten zu erfinden. Dabei gehen sie, wie gesagt, ziemlich verrückte Wege. Sie sind sehr neurotisch und sie sind sehr empathielos. Wenn wir dies mit den kriminellen Aktivitäten kombinieren, würde man sagen, dass viele von ihnen sich als Soziopathen qualifizieren. Häufig planen sie ihre Opferidentität auch sehr genau aus. Solche Fälle werden wir in den Beispielen näher untersuchen. Am häufigsten agieren sie jedoch impulsiv, wenn sie sich als Opfer präsentieren. Diese Art von Narzisst ist deshalb ungewöhnlich, weil Narzissten normalerweise Aufmerksamkeit wollen, um bewundert zu werden. Sodass die Menschen erkennen können, wie großartig sie sind, wie schön sie sind oder wie erfolgreich sie sind. Und dieser Narzisst sucht nach jemandem, der ihn bemitleidet. Dass man anerkennt, dass er es schwerer hat als alle anderen. Es ist ein sehr merkwürdiger Ausdruck von Narzissmus und er passt nicht perfekt in unser Verständnis des Narzissmus hinein, weswegen häufig nicht erkannt wird, dass es sich hier um das Werk eines Blenders handelt. Die Aufklärung Narzissmus betreffend steckt noch etwas in den Kinderschuhen. Und solche ungewöhnlichen narzisstischen Muster erwartet niemand und sie werden deshalb auch nicht erkannt. Es heißt in Fachkreisen manchmal, dass jemand, der so leidenschaftlich und mit so viel Aufwand in die Opferrolle schlüpfen möchte, einige narzisstische Verhaltensweisen mitbringt, jedoch nicht in das Profil der narzisstischen Persönlichkeitsstörung hineinpasst. Im ersten Beispiel sehen wir eine Arbeitssituation. Der Narzisst hat diese nun folgende Situation genau geplant. Allerdings nicht besonders gut. Aber alles war gestellt. Es handelt sich um eine Bürosituation und das Arbeitstempo ist sehr langsam. Es ist ein recht langweiliger Ort zum Arbeiten. In diesem Umfeld gibt es nicht viele Möglichkeiten, für einen narzisstischen Menschen Aufmerksamkeit zu bekommen oder irgendwie herauszustechen. Eine der Angestellten ist eine Frau in ihren 50ern. Sie ist die Narzisstin in diesem Beispiel. Sie wird zunehmend frustrierter, weil sie nicht genug Anerkennung als außerordentlich tüchtige Angestellte bekommt. Nun möchte sie ihre Wut ablassen, obwohl sie keine Wut auf jemand Bestimmtes am Arbeitsplatz hat. Sie will nur erreichen, dass die Menschen sie beachten. Also überlegt sie sich eines Abends eine Szene für den nächsten Tag im Büro zurechtzulegen. Sie spitzt zunächst einen Schraubendreher an. Am Abend vor dem geplanten Vorfall beschmutzt sie die Reifen ihres PKWs mit Schlamm, sodass, wenn jemand sich an den Reifen reiben würde, sich der Schlamm an der Kleidung der Person befinden würde. Sie geht also am nächsten Tag zur Arbeit und als gerade niemand schaut, nimmt sie ihren angespitzten Schraubendreher und versucht, die Reifen aufzuschlitzen. Ihr wird jedoch klar, dass es schwieriger als gedacht ist, Reifen mit einem Schraubendreher zu durchstechen. Deshalb entschließt sie sich, stattdessen die Farbe am Auto mit dem Schraubendreher zu zerkratzen. Sie geht zurück ins Gebäude und findet eines der leeren Büros vor. Hinter der Tür hängt schon seit langer Zeit eine Jacke an einem Haken. Niemand wusste, wem die Jacke eigentlich gehörte. Sie nimmt die Jacke mit zu ihrem Auto und reibt sie an den Reifen, sodass die Jacke mit dem Schlamm beschmutzt ist. Danach nimmt sie die Jacke und den Schraubendreher wieder mit in das leere Büro und legt alles zusammen auf den Schreibtisch. Dann geht sie wieder zu ihrem Auto und tut so, als hätte sie die Kratzer entdeckt. Sie betritt das Büro schnell und beginnt sich, ihren Kollegen gegenüber zu beschweren. Ich kann nicht glauben, dass jemand sich so verhalten kann. Wer würde mein Auto nur so beschaden? Wie kann man so grausam zu mir sein? Was soll ich jetzt nur tun? Ist das Auto überhaupt noch fahrtüchtig? Was ist natürlich noch wahr? Es waren nur Kratzer dran. Ihr Ziel war es, die Kollegen die Gegenstände in dem leeren Büro auf dem Schreibtisch entdecken zu lassen und dann die Verbindung zu ihren durchstochenen Reifen herzustellen. Theoretisch würden sie dann zu der Narzisstin gerannt kommen und sagen, jemand in dem Büro muss dein Auto zerkratzt haben. Also wollte sie im Grunde so eine Art Mystery-Fall kreieren, in dem alle im Kreis nachdenklich im Büro um sie herumstehen und Verdächtigungen anstellen, wer der Täter gewesen sein könnte. Es ist also ein recht ungewöhnlicher Plan. Aber hier wollen wir auch untersuchen, ob der Plan denn aufgegangen ist. Es ist keine Überraschung, dass ihr Plan nicht funktioniert hat, und zwar auf ziemlich allen Ebenen. Sie hat all diese kleinen Handlungen vollzogen, platzierte die Gegenstände auf dem Schreibtisch und wartete einige Stunden. Einigen Leuten gegenüber erwähnte sie, dass sie etwas Merkwürdiges auf dem Schreibtisch gesehen hätte, nachdem sie sich darüber beschwert hat, dass ihr Fahrzeug zerkratzt worden ist. Aber niemand betrat das verlassene Büro. Irgendwann bat sie den Wachmann, die Gegenstände in dem leeren Büro bitte zu untersuchen. Sie hat versucht, cool und ruhig zu wirken. Sie hat dann wieder einige Stunden gewartet, bis sie den Wachmann erneut bat, die Gegenstände zu untersuchen. Sie fühlte sich völlig sicher, dass er die Gegenstände finden würde und die Verbindung zwischen den Gegenständen und den Kratzern an ihrem Fahrzeug herstellen würde. Dann wurde sie ungeduldig und wendete sich wieder an ihn mit der Frage, haben Sie etwas in dem Büro gefunden? Und er sagte, also, ich habe nur einen zerbrochenen Schraubenzieher und eine Jacke, die sonst immer in dem Büro am Haken hing, gefunden. Ich habe sie weggeworfen. Ich frage mich, wieso Sie sie nicht weggeworfen haben. Sie fragte ihn, was er meinte, und er sagte, das war die Jacke, die Sie vorhin gegen Ihr Auto gerieben haben. Und nebenbei bemerkt, eine Jacke gegen ein Auto zu reiben, beseitigt keine Kratzer. Sie sollten Ihren Wagen häufiger sauber machen, er war schmutzig. Der Wachmann hatte sie also beim zweiten Teil ihres Plans gesehen. Er hat nur nicht alles gesehen, nicht wie sie die Kratzer mit dem Schraubendreher zerkratzte. Sie ist also nicht völlig aufgeflogen, aber mehr oder weniger schon. Denn was sie versuchte zu erreichen, ist misslungen. Er hat nicht alles herausgefunden, aber er wusste, dass die Jacke von niemandem sonst getragen wurde, der den Wagen beschädigt haben könnte. Er hat also den Plan, dass hier irgendein mysteriöser Autoschädling unterwegs sein muss, konterkariert. Am Ende hat sie ihr Auto für etwa 250 Euro wieder in Schuss bringen müssen. Es war also eigentlich eine Niederlage auf ganzer Linie. Keines ihrer Ziele wurde erreicht, und ihr Auto war kaputt. Dies ist ein gutes Beispiel, wie sehr der Narzisst glaubt, dass andere Menschen bereit wären, ihn zu bemitleiden. So als ob sie es nicht abwarten können, dem armen Narzissten endlich beizustehen. Während es den meisten Menschen in der Realität relativ egal ist, ob der Narzisst ein Opfer ist oder nicht. Narzissten glauben einfach, dass andere Menschen sich ständig Gedanken um sie machen. Diese Egozentrik charakterisiert sie einfach. Im zweiten Beispiel stellt sich dar, wie jemand in einer Liebesbeziehung das Opfer spielt, in dem ein Schaden, der zugefügt wurde, übertrieben dargestellt wird. Es zeigt auch, wieso ein Plan nach hinten losgehen kann oder sich sogar gegen den Planenden richten kann, wenn beide Narzissten sind. Es handelt sich hier um ein junges Paar, in dessen Beziehung keine gute Stimmung herrscht. Es gibt missbräuchliche Situationen von beiden Seiten. Der Mann wird zunehmend frustriert, weil die Frau allmählich immer körperlicher in ihrer Gewalt wird. Manchmal schubst sie ihn, wenn sie sich streiten. Trotzdem ist in diesem Beispiel ein niedriges Gewaltlevel vorhanden. Und auch wenn das, was in der Beziehung passiert, falsch ist, sehen wir gleich, wie sehr der Narzisst hier übertreibt und die Geschichte aufbläht. Das Verhalten der Frau, das Schubsen betreffend, ist aller Wahrscheinlichkeit nach eher emotional bedrückend für den Mann, als dass es ernsthaft körperlich zu Verletzungen kam. Es ist kein wirklich aggressives Schubsen, bei dem der Mann möglicherweise zu Boden fiel oder ähnliches. Mehr wie eine Geste, bei der der Mann etwas angefasst und weggestoßen wurde, um zu demonstrieren, dass sie Macht und Kontrolle hat. Nach dem Motto, ich kann dich schubsen und du kannst nichts dagegen tun. Beide Partner in dieser Beziehung sind narzisstisch. Der Mann wurde zunehmend frustriert über diese Aggressionen von ihr und überlegte sich das nächste Mal, wenn sie ihn wieder schubsen würde, ernsthafter verletzt zu sein. Beim nächsten Streit, der nicht lange, nachdem er seinen Plan zurechtgelegt hat, auftrat, eskalierte er den Streit absichtlich, damit sie ihn wieder schubste. Als sie ihn also wieder schubste, wankte er absichtlich nach hinten und schlug mit seinem Kopf gegen die Tür. Dann rief er die Polizei und teilte ihnen mit, dass er ernsthaft verletzt sei. Die Frau sieht, was er tut und statt sich Sorgen zu machen, schlägt sie sich den Kopf an der Tür des Küchenschranks auf, ruft ebenfalls die Polizei und sagt dort aus, dass er sie geschubst habe und sie daraufhin den Kopf angeschlagen habe. Die Polizei verhörte beide einzeln und sie blieben beide ihrer Version der Geschichte treu. Am Ende wurden sie beide bestraft. Wir sehen also ein großes narzisstisches Drama, das den Aufwand normalerweise nicht wert wäre. Keiner der beiden hat etwas dadurch gewonnen. Dies ist ein gutes Beispiel, wie ein Narzisst glaubt, sehr schlau zu sein. Völlig vergessend, dass man, wenn man jemanden zu Unrecht anzeigt, ebenfalls angezeigt werden kann. Am Ende sehen wir nur zwei Personen, die mit ihren Köpfen in zwei Türen gelaufen sind. Ich denke, man kann eine solche Situation sicherlich etwas erwachsener lösen. Dies sind zwei Beispiele, wie Narzissten sich als Opfer präsentieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sollte dir Content wie dieser zusagen, lasse mir gern ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr, dich beim nächsten Video von NARC Extreme wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020